Mein Name ist Milan, ich bin Wurremacher bei Fortis und ich stelle euch vor der Fortis Alarm. Fortis Alarm ist eine Spezialität von uns. Es ist ein Chronograph mit Alarmfunktion. Was heisst das? Chronographwerk plus Aufbauten mit einem zweiten Federhaus, das nur für das Alarmwerk ist. Die Funktion Alarm wird über den Zeiger eingestellt, auf die gewünschte Zeit und mit einem sogenannten On-Off-Knopf, mit einer kleinen Anzeige neben dem Datum, sieht man, ob es jemand eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Das Alarmmodul besteht aus einem zweiten Federhaus, einigen Übertragungsräder an einem Hammer, welcher dann auf einer Tonfeder draufschlägt. Wenn der Alarm ausgerösst wird, hört man nicht nur den Ton, sondern man spürt auch die Vibration am Handgelenk. Diese Vibration ist natürlich auch wieder sehr wichtig für einen Weltraum. Dort gehört man nichts. Es ist still. Und dann spürt man die Vibration des Alarms. Das Fortis F2001 Werk ist das einzige Chronograph-Alarmwerk. Also etwas ganz, ganz Spezielles. Ein normaler Chronograph hat ja um die 111 Teile und hier sind noch ein paar hundert mehr drin. Die Teile, die hier verbaut werden, sind nicht ab der Stange. Die werden speziell und von Hand hergestellt extra für das Werk. Und sie werden hier im Haus zusammengestellt. Und denkt daran, es ist wirklich etwas sehr Spezielles, wenn so eine am Handgelenk hat. Weil auch für mich, die seit 12 Jahren hier arbeitet, braucht es zwei Wochen, bis die Uhr komplett zusammen ist.